Ihr steht ja vor dem zweiten Saisonrennen in Zölder. Wie ist die aktuelle Gefühlslage? Ja, also es ist natürlich sehr speziell. Es ist mein zweites Weltgeberrennen und es ist halt schon etwas anderes als das Rennen in Südamerika. Und langsam komme ich schon ein bisschen nervös. Ihr habt ja auch Südamerika vorbereitet und gute Resultate gemacht. Was lernt man da alles? Ja, also wäre es jetzt das erste Mal zur Vorbereitung und es ist sehr speziell. Also es ist halt auf 0 Meter über mir, da ist ein bisschen anders. Aber es ist super cool zu trainieren, weil da ist halt eigentlich Winter und da kann man auf so einer Technik arbeiten und sich so vorbereiten. Was erwartet ihr jetzt vom ersten Saisonrennen in Zölder? Liegt eine gute Platzierung drin? Also in Zölder ist halt nicht so einfach und das ist mein zweites Weltgebrennen. Also ich versuche sicher alles zu geben und der Hangebrigade zu geben. Das Ziel wäre sicher unter die ersten 30 zu kommen. Deine Saison ist ja sonst etwas unter der Bestätigung von letzter Saison. Da hat ihr auch schon ein Rennen dürfen machen. Das Ziel ist schon regelmässig unter die Top 30 zu fahren oder nicht? Das ist sicher das Ziel. Zuerst einmal müssen wir auf einmal qualifizieren für eine weitere Weltgebrennen. Und dann ist es sicher das Ziel, hier weiter zu fahren, als ich letztes Jahr aufgehört habe. Ja. 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 Ja.